Jeder hat so seine eigene Kindheit. Meine mittleren Jahre jedenfalls habe ich in Shanghai verbracht. Unsere große internationale Misswahl des Blumenreichs kann beginnen! Jede herausragende Persönlichkeit hat ein Talent, Geld zu verdienen. Mein Talent ist jedoch, Geld auszugeben. Aber wer bin ich? Marjorie, hier steht, du bist ein Mörder! Marjorie, das bin ich. Er hat Van Yen getötet und war zwei Jahre auf der Flucht. Warum bereitet es mir Freude, ihren Tod zu sehen? Am besten tötest du mich. Hast du schon mal zu jemandem, ich liebe dich gesagt? Wo du bist, da ist mein Zuhause. Du bist mein Zuhause. Für dich setze ich mich mit meinem Leben ein. Dann wird es grauenvoll für dich. Ob wir es schaffen, liegt ganz allein an dir. Ich mag ihn einfach. Ich will nicht, dass er leidet. Ich brauche dich nicht, ich kann allein gehen. Marjorie, Marjorie! Marjorie, kann ich dir vertrauen? Marjorie, Marjorie, arbeüse ich nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020